Hey Leute, was geht? Ich mache gerade noch ein Video mit Ente. Was geht? Was geht? Was geht? Wir sollten wieder in Roblox-Knochen brechen. Bist du bereit? Ja, aber ich bin bereit. Let's go. Wir haben ganz viele verschiedene Sachen, Leute. So, das blieb ich jetzt mal aus. Okay, Ente, lass dich hinterher anfangen. Guck mal, wir haben hier so einen Riesenhammer. Siehst du den? Wie der hier schwingt. Oh Gott, das sieht heftig aus. Der ist, glaube ich, richtig krass. Und von dem müssen wir getroffen werden, damit wir richtig viel Geld verdienen können. Und, let's go. So, guck mal, wo ich herfliege. Oh, ich bin jetzt mega. Oh, ich bin auf. Oh, ich schätze in die andere Richtung. Oh, ich habe fast 300 oder so dafür bekommen. Hä? Und wenn man hier die ganze Zeit R drückt, dann kann man hier einfach durch die Maps so rum. Ja, keine Ahnung, wie nennt man das? Ich schleiche einfach durch. Richtig dumm. Und wenn man R drückt, kann man wieder stehen. Okay, wo bist du? Es gibt ganz viele Sachen. Oh, ich bin wieder mit dem Papa. Let's go. Und, pass. Hör in welche Richtung? Wo bist du in die Richtung? Hä? In welche Richtung? Was laberst du? Wohin? Kommt zum Hammer zurück und dann in die andere Richtung. Aber warte, ich warte bis der Hammer kommt. Warte, ich will da gleich hochgehen, Leute. Dann wird es richtig krass. Da kann man sich richtig viele Knochen brechen. Und, let's go. Ich fliege da hin. Let's go. Oh, wie viele habe ich bekommen? 400, 500? Keine Ahnung. Hä? Wo bist du in die Richtung? Rechts oder links? Rechts. Weil hier sind richtig krasse Türme. Hier müssen wir jetzt unbedingt hingehen. Komm auch, Alter. Ich sehe dich. Wo bist du? Okay, lass zum ersten Turm gehen. Let's go. Let's go. Wir sind uns bewegt. Das sieht so dumm aus. Ich glaube, wir haben gar keine Knochen mehr. Komm, wir sind auch für so eine Schlange. Ist so. Wir sind einfach nur noch Gummi. Okay, let's go. Wir müssen einfach auf den Knopfrücken nicht hochgehen. Dann werden wir nach oben teleportiert. Denn hier, Leute, müssen wir jetzt komplett runterfallen. So, ich drücke eher, damit ich so wie Gummi bin. Und let's go. Let's go. Oh, 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 oh. Das tut mir so weh, Alter. Das tut mir so weh, Alter. Ich kriege mal gar kein Geld. Das lohnt sich fast gar nicht. Oh, wow. So, ich habe 30. Jetzt kriege ich ja mal mehr gerade. Oh, ich drehe mich gerade immer schneller. Ich muss mich hier irgendwie besser runterkicken. 30. Komm, es wird immer mehr. 40. Nice. Aber okay, Leute, hier verdient man, glaube ich, noch nicht so viel. Lassen wir uns zum nächsten Turm schon gehen. Der Hindernis-Tour. Bist du bereit, Alter? Ich bin bereit, Mann. Der Teleportklopft. Und... Oh, oh, schau dir das mal an. Das wird ja richtig wehtun. Und let's go. Oh, 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 oh. Oh, warte, ich muss eher drücken. Und jetzt geht's los. Hey, wie viel verdient man hier? Oh, ich habe ja aber keinen Aufpack gehabt. Ich habe das nicht gemacht. Hier verdient man, glaube ich, auch ein bisschen mehr. 30, 40. Oha, hier ist, glaube ich, schon besser. Nein, ich komme nicht weiter. Ah, ich kann auch springen und alles. Ich glaube, das ist voll stark. Man kriegt voll viel Kohle, glaube ich. Ich auch. Ich glaube, man verdient hier richtig gut. Oha, ich habe sogar diese Juwelen bekommen gerade. Was? Labe, ein Sobbel. Ja. Ich glaube, damit kann man gleich so Eier kaufen oder so. Und level up. Nice. Wie viel Kohle hast du jetzt gesagt? Ich weiß es schon. 65.000. Ich habe nichts gekauft. Keine Ahnung. So, und hier ist der super Wolkenkratzer. Bist du bereit dafür? Ja, Mann. Auf geht's. Hier müssen wir jetzt auch richtig viele Knochen brechen. Wie? Warte mal. Was kann man hier machen? Hier kann man Bungie runterspringen. Guck mal. Hä, warte. Man kann verbinden und dann kann man hier runter. Let's go. Hä, was? Wird man dann wieder hochgekickt oder was? Warte, ich bin jetzt ganz unten, oder? Warum geht das Seil nicht hoch? Hey. Jetzt gehe ich langsam hoch. Oha, wie cool ist das. Ich kann durch die ganze Stadt schwingen. Ich bin Spider-Man und jetzt mache ich das Seil ab. Und jetzt wird es richtig gefährlich, Leute. Wie viel Geld werde ich jetzt verdienen? Ich bin so gespannt. Und zack. Nur 67. Das kann nicht wahr sein. Okay, aber das, Leute. Wann ist mal nur alle Türme. Wir haben hier noch ganz viele andere verschiedene Sachen. So, das Erste, was wir haben, ist das Frühlingspad. Hä, was soll denn das heißen? Hä? Nein, das hat mich weg. Oha, das kickt uns einfach richtig weit weg. Aber ich habe gar kein Geld bekommen. Und du? Gar nichts, Leute. Voll das Gap. Ist so, warte. Ich gehe nochmal hin. Und da haben wir gleich eine Waschmaschine, Leute. Wie wird das denn gleich aussehen? Ich bin richtig gespannt. So, aber ich benutze das nochmal. Das war irgendwie ganz komisch. Und zack. Der fliegt einfach nur weg. Und ich verdiene nicht mal einen Cent. Gar nichts. Oh, das lohnt sich gar nicht. Ist so. So, dann lass es in die Waschmaschine. Oh, oh. Das wird, glaube ich, richtig gefährlich, Leute. Oh, oh. Komm mal rein. Oha, was geht? Oh, Alter, was geht mal? Wie dumm das aussieht. Hilfe. Hä? Wer hat die Züge was? Ja, ich habe einen 27 bekommen. Nice. Oh, ja, ja, ja. Jetzt kommt auch Geld. Oh, oh, oh. Jetzt kommt richtig gut Geld. Hey, das sieht so dumm aus, wie wir beide drin sind. Bro, pass auf, Mann, Alter. Ich spreche mir gerade, glaube ich, alles Mögliche. Ich auch. Okay, lass schnell lieber raus. So, was haben wir noch? Die Mega-Mine. Oder Mine. Oha, geht aber drauf. Wir werden richtig hoch teleportiert. Oh, Mann. Das Haus ist ja richtig weg. Ist so. Und zack. Bin wieder unten gelandet. Mit 314 habe ich bekommen. Oha. Und ich fliege direkt nochmal hoch. Oha, heftiger geht es nicht, Leute. So, ich versuche mir gegen so einen Stein zu knallen. Vielleicht kriegt man dann mehr. Und zack, 109 habe ich bekommen. Okay, gerade was mehr. Okay, was haben wir da als nächstes? Die Mega-Kanone. Ich gehe zuerst rein. Let's go. Let's go. Irgendwo werde ich hingeschossen. Ich werde nicht so weit hingeschossen werden. Oha, wo bin ich? Ich werde jetzt irgendwo gehen, glaube ich. Zack. Aber ich kriege wieder keinen Cent, glaube ich. Nein. Oder nur 95, 100. Ist okay. Aber Leute, das war immer noch nicht alles. Wir haben noch ganz viele verschiedene Sachen. Guck mal, Alter. Wir haben ja einen Toaster. Jetzt können wir endlich endlich das Sauer machen. Guck mal. Oh nein, bitte, bitte. Wir können nicht mehr machen. Let's go. Oha, da kommt sogar Feuer und so. Ich wurde getoastet. Guck mich mal an. Oha, ich auch. Oha, was geht denn hier ab? Boah, guck mal, wir sind verbrutzelt, Mann. Schau uns mal an. Ist so. Deine Arme, komplett. Ja, Mann. Du rühst doch gar nicht mehr gut. Als nächstes der Laser-Wachposten. Oh, ich glaube, der wird uns richtig viel Schaden machen. Oha, der wird sich direkt weg. Aber ich kriege gar kein Geld wieder. Nein, das tut sich überhaupt nicht. Obwohl er so krasse Laser schießt. Oha. Hey, der ist richtig schlau. So, Leute, wir haben da hinten gleich noch mehr Sachen. Aber wir können uns hier auch Artikel kaufen. Guck mal, einen Trank kann ich mir holen. Komme ich mal zuerst. So. Jetzt habe ich hier so einen Trank. Oha, das sieht aus wie ein Fortnite. Oha, hier gibt es eine Enderperle. Oha, du hast schon eine Enderperle geholt. Warte, ich trinke erst mal den Trank. So, und jetzt soll ich höher springen können, glaube ich. Okay, so krass ist es auch nicht. Und viel schneller bin ich auch noch nicht. Deswegen hole ich erst mal direkt die nächsten Sachen. Enderperle. So. Die Bärenfalle. C4. Was haben wir noch? Feuerwerk. TNT. Ich kaufe direkt alles, Leute. Oh, du hast gerade gezündet. Oha. Aber die bleiben nur einmalig, oder? Ja, leider. Okay, dann werfen wir jetzt die Enderperle da hinten hin. Siehst du das? Die rutschen. Die sehen richtig krass aus. So, warte, kann ich die werfen? Ich gucke mal. Und zack. Ja, ich habe die Enderperle geworfen. Oha, das funktioniert. Bin ich auch teleportiert? Ja, wört mal. Wie cool ist das? Das ist wie in Minecraft. Okay, ich will aber noch kurz vorher die Bärenfalle testen. So, ich platziere die mal. Zack, kann ich da reingehen? Oh. Oh, Leute, das tut so weh. Aua, aua, aua. Ich muss hier schnell raus. Okay, hab's da rausgeschafft. Hab wieder kein Geld dazu verdient. Keine Ahnung. Das Spiel ist manchmal komisch. So, hier haben wir noch C4. Let's go. Äh, wann geht das an? Und zack. Okay, hat auch nicht viel gemacht. Dann habe ich hier noch so ein Feuerwerk. Guck mal. Was kann man damit machen? Kann man damit hochfliegen? Hilfe. Nein, ich habe nicht hochgelegt. Oha. Das war gerade richtig dumm aus. Oh, wir haben noch TNT. Will ich auch noch kurz testen? Oha. Oha, jetzt habe ich voll viele XP dazu bekommen und so. Okay, aber lass uns zu den ersten Treppen gehen. Aufgehen. So, lass ganz links anfangen. Die sieht nicht so krass aus. Da steht Sandpapiertreppe. Let's go. Ich bin bereit. Und runter hier. Oha, wie viele Knochen. Kann ich mir hier brechen? Oha, richtig gut, glaube ich. Oha, wie schnell war es zu uns hin? Nice. Hier kommt jetzt schon die Eistreppe. Oha, rutschig ist die sogar. Let's go. Oha, die ist richtig schnell. Was geht? Oha, ist die krass. Nice. Lass weiter machen. Die normale Treppe. Normale Treppen. Cool. Frage, Zeichen. Let's go. Die testen wir jetzt. Und? Verdiene ich hier mehr oder so? Nee, noch nicht. Aber Leute, das hört sich gerade immer krasser. Jetzt kommt in die Gummitreppe. Oha, die soll wie eine Feder sein, Stand da. Oha, das stimmt. Oha, man springt hier richtig rum. Hey, wie krass ist das denn? Oha. Die ist ja richtig OP. Und zack. Und hier kommt jetzt die letzte Treppe. Die Hindernistreppe. Sieht so ein bisschen aus wie ein Psydian. Aber egal, let's go. Oha, hier sind ja richtig viele Möbel im Weg. Aber egal, let's go. Doch, doch. Ich gehe gerade runter. Hier sind Stühle, Tische, alles, was es gibt. Lampen sogar. Was geht, Mann? Hey, wie kommt man hier runter? Aua, aua, aua. Und zack, da war noch ein Bett. Nice. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Rolltreppe. Was bringt die denn? Rolltreppe, Rolltreppe. Let's go. Let's go. Das ist ja voll langweilig. Was bringt die? Wir liegen hier einfach nur. Und runter da. Hey, warte, ich gehe mal runter. Zack. Okay, das hat auch nicht so viel gebracht. Und dann haben wir noch die PvP-Arena. Ich bin bereit. Oha, wir werden gleich kämpfen. Guck mal, das ist der Countdown. Oh, da ist noch ein Spieler dazu. Wir kommen gar nicht gut. Jetzt sind wir ein Team, okay? Erstmal gehen wir auf den und dann mache ich dich fertig. Hey, was? Oh, Mann. So, in fünf Sekunden geht es los. Ich bin gespannt. 3, 2, 1. Let's go. Wo kommen wir jetzt hin? Hä? Oh, ich habe so einen Hammer. Ich auch. Let's go. Lass den erst fertig machen. Den anderen. Oh, der macht dich fertig. Ich muss dich mal helfen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ach, man muss runterfallen, glaube ich. Dann hat man erst gewonnen. Ja, der erste ist runtergefallen. Oh, jetzt ist es gegen eins, Alter. Komm her. Oh, oh, oh. Ente, bitte. Bitte sein nett, ente. Und zack. Oh, nein, nein, nein. Ja. Komm, einer von uns muss jetzt runterfallen. Nein. Oh, der ist runter und zack. Du hast gewonnen, Alter. Wie viel hast du bekommen? Oh, ich habe nicht geguckt. Ich glaube, ein bisschen was. Okay, ich gehe jetzt mit der Rakete hoch. Tschüss. Ciao. Leute, lasst es, Alter. Lasst es, Alter. Und dann würde ich das viel gefallen. Dann shoppen vorbei. Und dann würde ich sagen, Tschüss. Ciao.